Zunächst muss sich die Linke, klein und groß geschrieben, in Deutschland nochmal eins vergegenwärtigen. Wir haben hier eine ganz besondere Verantwortung. Wenn wir verlieren, wird es für alle Linken in Europa schwerer. Wenn wir gewinnen, wird es für alle Linken in Europa leichter, weil Deutschland nun mal das einflussreichste Land innerhalb der EU gegenwärtig ist. Dem muss man nüchtern ins Auge sehen. Was wir jetzt hier tun können, ist zum Beispiel dafür zu sorgen, dass die vielen Initiativen im Sinne einer Solidarität mit Geflüchteten nicht mehr vereinzelt bleiben, sondern stärker zusammenrücken, hörbarer werden und auch den öffentlichen Diskurs stärker bestimmen. Kurzum, die vielen einzelnen Initiativen sollten deutlich werden als ein Lager der Solidarität. Und ich finde, Aufgabe der Linken ist es, zum Kristallisationspunkt dieses Lagers der Solidarität zu werden. Der Einkampf, der gegenwärtig steht, sind die Kämpfe gegen neoliberale Freihandelsabkommen wie SITA oder TTIP. Und bei diesem Abkommen gibt es die reale Chance, das zu verhindern. Und ich finde, die Linke muss jetzt alles tun, um deutlich zu machen, wir können das stoppen und diese Abkommen auch wirklich zu stoppen. Und dazu gilt es auch, den Druck auf die Sozialdemokratie und auf die Grünen zu erhöhen. Denn wenn es zu einer Abstimmung kommt, könnte man es im Bundesrat und im Bundestag mit einer entsprechenden Mehrheit stoppen. Das wäre ein konkreter Erfolg, wo man deutlich machen kann, es gibt keinen Automatismus, dass immer der Neoliberalismus sich durchsetzen muss. Es können sich auch mal diejenigen durchsetzen, die für einen Fairhandel statt für neoliberalen Freihandel sind und dann an diesen Erfolg anknüpfen, deutlich zu machen, und jetzt reduzieren wir uns nicht auf Abwehrkämpfe, sondern gehen nach vorne. Wir kämpfen um ein anderes Europa, ein Europa der Solidarität.